Christoph Weigold, Der blutrote Teppich Hollywood 1922, Hardy Engels zweiter Fall, gelesen von Uwe Teschner. Bei dem vorliegenden Roman ist die Handlung fiktiv, auch wenn sie mit dem Verlauf eines authentischen Falles verwoben ist. Es treten historische Persönlichkeiten auf, ihr Handeln, Reden und Denken ist jedoch so frei erfunden wie das der anderen Romanfiguren. »Wer sucht, der geht leicht selber verloren.« Friedrich Nietzsche, also sprach Zarathustra. »Es gibt ebenso wenig eine hundertprozentige Wahrheit wie hundertprozentigen Alkohol.« Sigmund Freud. Prolog Noch heute, zwanzig Jahre später, erinnere ich mich ganz deutlich an das erste Erdbeben, das ich in Los Angeles miterlebt habe. Vielleicht liegt es daran, dass es sich ereignete, während ich gerade zwei Mörder verfolgte. Sie waren in großer Eile losgefahren, nachdem sie ihr Opfer von dem Hohen Haus gestoßen hatten, direkt vor meine Füße. Und ich brauchte ein paar Momente, um mich von dem ersten Schock zu erholen. Als sie in der Dunkelheit die Feuerleiter herunterstiegen, konnte ich sie nicht erkennen. Doch es gelang mir, ihnen unbemerkt zu folgen. Zunächst zu Fuß und dann im Automobil, bis zum Rückstau einer nächtlichen Baustelle. Hier erwischte das Beben uns. Leitungsmasten knickten um und fielen auf Fahrzeuge, abgerissene Elektrokabel entzündeten Feuer in den frisch aufgebrochenen Gräben und brachten erwachsene Menschen zum Schreien und zum Beten. Ich erinnere mich nicht gern daran. Es reicht, dass ich häufig davon träume. Als die Erdstöße endlich aufhörten, dachte ich schon, ich hätte die beiden verloren. Doch kaum hatte ich es geschafft, mit dem Oldsmobil aus dem Chaos der zerstörten Baustelle herauszufahren, entdeckte ich an der nächsten Kreuzung erneut ihren Packard, der gerade nach rechts abbog. Ich erkannte ihn an dem linken Rücklicht wieder, das schon zuvor defekt gewesen war und drötlich flackerte. Nun fuhr ich ihnen einfach weiter hinterher, so als wäre nichts Besonderes geschehen. Der Packard pflügte vor mir mitten durch eine große Pfütze. Das Wasser spritzte auf meine Windschutzscheibe und ich betätigte den Scheibenwischer, um wieder klare Sicht zu bekommen. Wir fuhren den Sunset Boulevard entlang nach Osten. Die beiden Männer gaben mächtig Gas, trotz der unsicheren Straßenverhältnisse nach dem Beben, und so mußte auch ich meinen Wagen in hohem Tempo um gestrandete Automobile und um querliegende Palmen und Trümmerteile herumlenken. Die beiden waren das Wasserpflucht und die beiden waren hier in der Herzen im Herzen und die beiden waren es für vier Wagen, die beiden waren es für vier Wagen. Untertitelung des ZDF, 2020